Joachim Willkommen zu einem neuen Video. Den Chopper ist auf jeden Fall ein richtig geiler Skin. Ähm, hier. Falls ihr ihn euch holt, vergiss nicht rechts unten bei Unterstützer einen Creator Arianefn einzugeben, um mich kostenlos zu unterstützen. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Das neue Update ist da, es gibt auf jeden Fall ein paar Änderungen und, ähm, unter anderem ist jetzt der Revolver mit Zielfernrohr drin. Ja, ich hab den auf jeden Fall schon ein paar Videos gesehen. Soll anscheinend, äh, eine richtig gute Waffe sein. So, äh, erste Runde von heute. Ich geh einfach mal hier direkt pläsen. Ah, ich hab dich gerettet, aber... Ah, und hier das neue Item. Die Hänge, Leute. 95er Headshot. Also auf jeden Fall, ähm... Die Hängegleiter. Äh, das neue Item. Finde ich auf jeden Fall richtig geil. Nehme ich jetzt immer mit. Und hier der nächste Gegner. Also man kann auf jeden Fall mit den, äh, Hängegleitern... Mit dem Item zehnmal seinen Hängegleiter öffnen. Ist auf jeden Fall sehr praktisch, wenn man viele Kills machen will und dann kann man halt von einer Stadt zur nächsten fliegen. So, ich nehm mal kurz hier die Verbände. So, vorne irgendwo müsste auf jeden Fall noch einer sein. Ja. So, ich nehm... Ja. Ja. Oh! Nice Oh, danke für deinen Diegel Und dann ist auf jeden Fall noch diese neue Sniperpistole im Spiel Lila und Gold Werde ich im Laufe der Runde Bestimmt auch noch finden Wäre auf jeden Fall nice Wenn ich noch irgendwo ein Schild finden könnte Okay, da vorne ist der nächste Gegner Nur das Problem ist Ich habe nicht mehr viel Leben Hä? Der Arme Ich glaube, sein Internet ist Gerade nicht so gut Ah, der hatte auch kein Schild für mich Fuck, ich brauche unbedingt Schilds Ah, da ist der nächste Gegner Aber Ja, ich muss mal gucken, ob hier noch irgendwo eine Kiste ist Ah ja, da und da Ich brauche unbedingt Schilds Komm bitte Oh, da ist ein Biggie Und der nächste Gegner Ist der Gegner nicht gerade hier gelandet irgendwo? So, komm bitte Minis Irgendwas Ja Äh Ah, der Arme Okay, ich würde sagen Ich bauche mich ganz kurz hoch Und Dann fliege ich mal weiter Ich habe immer noch nicht den Ich habe immer noch nicht die neue Sniperpistole gefunden Okay, den hole ich mir erstmal Nein Er stirbt am Sturm Ja, hier ist auf jeden Fall noch jemand Ich habe immer noch nicht die neue Sniperpistole gefunden Oh, da sind auf jeden Fall ein paar Nice Ach, ich lasse jetzt einfach meine Hängegleiter liegen Ach, ich habe immer noch keine Hängegleiter Oh, da sind da Okay. Nein! Tot. Tch. So, hat er vielleicht paar Mets für mich? Oh, der hat auch keine Mets. Wegen dem hab ich jetzt alles verschwendet. Hä? Und ich hab einfach immer noch nicht den neuen Revolver gefunden. Ich hab den gestern schon mal gefunden in der Runde. Aber mir kommt's irgendwie vor, als ob der seltener geworden ist? Keine Ahnung. Oh, hier ist jemand. Ah, der Arme. Ah, der hat aber gut abgebaut für mich. So, danke erstmal für den Chak-Chak. Und deine Scar. Ah, und man kann nur noch 6 Minis mitnehmen. Also, es lohnt sich auf jeden Fall 3 große Schildtränke. Also 3 Biggies. Find ich mehr. 4 6 Minis. Aber ja, die kann man halt schneller trinken. So, hier ist noch ein Biggie. Muss ich leider liegen lassen. So, Geschütze erstmal droppen. So, wo sind jetzt die ganzen Gegner? Ist das ein Gegner? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh. Der Headshot hat auf jeden Fall gesessen. Da vorne ist... Oh, ich brauche unbedingt seine Mets. Ist mir gerade aufgefallen. Nein. Ich buche nicht den 1 Zang auf jeden Fall. Ich beteide, die haben schon jetzt gesessen. Okay, die haben ans prochaines accessible... Nobody*** zeigt sich. So, jetzt habe ich das B welchen. Okay, was dann noch ruhig? Es hat mich mit dem einen Kauf totally gegen, aber ich Standards zu geben. Ja, bringt dir eh nichts. Oh. Oh, nur noch ein 1 gegen 1. So, ich gehe erstmal weiter in die Zone. Oh. Oh. Nein. Er holt mich noch. Oder auch nicht. Also, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war zwar eine gute Runde, aber ich habe irgendwie die neue Sniperpistole einfach nicht gefunden. Naja, falls es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Sniperpistole findet. Falls ihr sie schon hattet. Äh, was ist das jetzt? Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Das war's.